Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources, Social Public hier aus T-Game-Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier den Brückenbau in Richtung westliches Geld in Richtung von Dollarn, die dann hier verdient werden sollen auf dieser Straße. Es ist horrender Blödsinn, was zu machen. Sehe ich auch ein. Ich glaube, die Folge jetzt macht er Blödsinn, ist noch gar nicht veröffentlicht, wenn ich das hier aufnehme. Von daher kenne ich eure Reaktionen noch nicht. Ich bin dann mal gespannt, was ihr dazu gesagt habt oder sagen werdet. Hier fährt auf jeden Fall erstmal ein Bus noch hin. Dann haben wir hier noch wieder einen Baukorn oder? Ne. Bretter, Bretter und noch mehr Bretter und dann müssten genügend Bretter eigentlich da sein. Und hier ist nochmal ein Bus, aber der fährt glaube ich hier zu der oberen Bushaltestelle für unsere Kies-Abbau-Teile. Denn, jetzt hole ich mal das Menü wieder, unser Kieswerk hier, das ist nämlich schon angeschlossen mit einem doch recht beachtlichen Lager an unsere Zement, beziehungsweise an unseres Werk für Plattenbauten. Und das Zementlager ist fertig. Oh, sehr schön. Ne, ist noch nicht fertig. Ah, okay. Ich hätte jetzt etwas gedacht, das ist schon fertig, aber das ist noch nicht ganz fertig. Aber unser Zementwerk ist schon fertig und da haben wir noch keine Kohle da. Aber da jetzt hier sozusagen so ziemlich nicht alle Bauaktivitäten fast abgeschlossen sind, bis auf die beiden, aber die werden wir jetzt erstmal noch nicht hier großartig tätigen. Wenn das hier fertig ist, werde ich aber erstmal ein bisschen warten, damit wir an ein bisschen Kleingeld wieder kommen. Damit wir dann hier nicht in Gefahr laufen, irgendwo unsere Bevölkerung nicht mehr zu versorgen oder versorgen zu können mit bestimmten Sachen. Denn das, ja gut, hier wird auch schon Weizen nachgekauft, also von daher die Produktion an Stoff geht auch schon wieder hoch. Das heißt also, auch die Kleidungsproduktion ist im Gange und hier ist auch schon ein kleiner Kleidungsfahrer unterwegs, der uns sicherlich noch etwas Geld wieder beschafft. So. Ist denn hier endlich auch Kleidung drin? Ja, da ist auch Kleidung drin. Da könnte ich ja nicht, die Kleidungsfahrer könnte ich auch so schicken. Erst dahin, dann dahin und dann weg. Naja, gut. So. Wie sieht es denn hier mit dem Fleisch aus? Das wollen wir ja nun nicht mehr verkaufen. Jetzt ist hier aber doch etliches angewachsen. Da müssen wir mal gucken hier, wenn hier wieder mal ein Fleischstandspotter vorbeikommt zum Kühler. Ich glaube, die fahren noch hier hinten hin, aber sie laden nicht mehr ab, ne? Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, sie fahren sogar hier noch rein, aber sie laden nicht mehr ab, weil ich sage, die machen da nichts mehr. Brennerei, wenn du bist. Genau, sie machen da jetzt erstmal nichts mehr und jetzt hat er 6,1 Tonnen Fleisch natürlich an Bord und fährt hier die ganze Zeit im Kreis. Dann werde ich jetzt hier das Entladen mal wieder erlauben. Zumindest bei einem Fahrzeug. Und dann sollte dort, zumindest regelmäßig auch vom Fleisch, wieder ein wenig Geld in unsere Kasse gespült werden. Das ist ja nicht zu verachten. So, wie sieht es hier aus? Ah, hier, der ist glaube ich auch gerade unterwegs. Wo ist er denn? Moment, alle verbundenen Fahrzeuge. Dieses Fahrzeug hätte ich jetzt ganz gerne mal. Ich würde mal ganz gerne gucken, wo er gerade lang fährt. So, der W50 abgedeckt ist unterwegs. Oh, sogar in Richtung Verkauf. Also, dass er uns gleich 3,5 Tonnen Klamotten verkauft, was uns 9400 Rubel bringt. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kann ich jetzt an die auch mit Steuerung gehen? Oh, guck mal, den kann ich sogar dann so verfolgen, ohne dass ein Menü und sowas da ist. Das ist natürlich klasse, ne? Das muss man jetzt... Oh, 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 oh. Da kann man unter die Karte gucken. So. Verfolgen wir mal unseren schönen LKW hier beim Verkauf von Kleidung. Den schönen IFA W50. Und da muss ich ja sagen, in so einem Fahrzeug habe ich wirklich auch selber drin gesessen. Also da auf Beifahrerseite. Denn, ähm, Geschichte aus der Kindheit. Wirklich aus der Kindheit. Das war auch das erste Mal, dass ich einen McDonalds gesehen habe. Nicht von innen, aber dass ich ihn gesehen habe. Ähm, damals mein Vater, der den LKW gefahren ist, der wollte halt nicht, dass ich da, dass wir McDonalds essen, weil ihm das selber halt zu ekelborstig war oder wie auch immer. Jemals wollte er das nicht. Und deswegen habe ich damals den McDonalds nicht von innen gesehen, aber in meinem Heimatort wurde Spargel angepflanzt. Das ist gar nicht mal so wenig. Und der wurde dann, oh, mal gucken, was jetzt die Kamera macht. Ah ja, springen wir einfach nicht, bleibt hier. Und der wurde dann am Tage quasi in dem... Oh, das sieht besser aus. Der wurde am Tage von dem Lokal halt verkauft. Und alles, was nicht verkauft wurde, musste dann halt eben mit einem Transporter in Richtung eines Gemüse-Großhändlers gebracht werden. Äh, dieser stand oder war in Winsen an der Luhe. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Ähm, macht auch nichts. Oder beziehungsweise in der Nähe von Winsen an der Luhe irgendwo. Und, ähm, da sind wir dann immer hingefahren mit dem W50. Und die Strecke war nicht kurz. Also das sind, äh, also Elbuferstraße sind wir dann immer hochgefahren eine ganze Weile und dann über Lüneburg, äh, da hingekommen. Nach Winsen an der Luhe. Also das, das, das war, ähm, schon eine ordentliche Strecke. Also die man da zurücklegen musste. Und das war so ein W50, der dann so maximal 80 fuhr. Mit einem, äh, sagen wir mal, der Motor ist ja beim W50 quasi in der Fahrerkabine. Also man hat jetzt, wenn man sich das mal so vorstellt, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal in einem W50 drinne gesessen habt. Einfach eine Geschichte aus dem Leben wieder. Ähm, der Fahrer sitzt quasi so mit Lenkrad und hat seine Medaillerie und quasi da, wo rechts von sich, fängt die Motorabdeckung denn an, ne? Also man sieht ja vorne den, den, den Kühler jetzt hier, ne? Äh, warte mal, wir gucken mal von vorne auf das Auto. Die Taste drücken so. Wir gucken jetzt hier mal von vorne aufs Auto. Man sieht ja hier diese Kühlerrippen, ne? Die gehen ja bis da oben hoch. Und dieser komische Silberklauch da, äh, zwischen der, warte mal, jetzt machen wir hier meine Maus mal an. Äh, hier da ist, da wo der große rote Knopf ist, da ist doch so ein kleiner Silberklauch. Also das ist zum Beispiel die Öffnung für die Kühlflüssigkeit. Also da kann man, kommt die Kühlflüssigkeit. In der Höhe geht quasi die Motorhaube in dem Fahrerhaus weiter, auf dieser ganzen Breite, wie die, äh, wie diese Kühlerteile hier sind. Also hier an der Seite sind ja so kleine Kühlereinlässe nochmal. Die sind aber nicht so wichtig. Das kann man, ich glaube, die, die Kabine klappt man dann nach oben? Nee, 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 da war das nicht mit Klappen. Da kommt man das innen drin. Und das war natürlich alles nicht so sonderlich solle gedämpft. Also man hat den Motor sehr, sehr gut, ähm, im Fahrzeug auch hören können, ähm, bei der Fahrt. Und das war auch, ähm, alles andere als leise. Und, ähm, ja, aber, man ist damit damals halt eben wirklich etliche Kilometer weit gekommen und auch mal gefahren. Also so ist es nicht, ne? Also das hat funktioniert und, ähm, vielleicht nicht schön, aber es hat funktioniert. Und das war, äh, doch schon, also war schon interessant, muss ich ehrlich sagen. Also ich hab jetzt, ähm, die Zeit, in der ich dort, äh, mit, ähm, nur unterwegs war und, und auch dann, wenn man sich das so alles angeguckt hat, das war schon, war schon auch schön. Also es war, war schon nicht schlecht. Hat schon Spaß gemacht. So, wir wollen ja noch ein bisschen Geld sparen, ähm, damit wir uns jetzt den Bau von anderen Sachen leisten können. Aber, was ich jetzt einmal tun werde, ist, ich werde das Zementwerk jetzt, in Betrieb nehmen. Das heißt, ich werde jetzt einmalig, äh, das Lager mit 50 Tonnen Kohle vollkaufen. Ich hoffe, dass ich mir das leisten kann. 50 Tonnen Kohle sollte nicht allzu teuer sein. Ähm, 52 Tonnen, ja, komm, die hauen wir hier mal rein. Und dann lassen wir das Zementwerk mal richtig ackern hier. Da sind auch ein Haufen Leute drin, die stellen auch gleich fleißig Zement her. Und wir kaufen uns dann schon mal einen Zementtransporter, der das Zement oder den Zement, ach so, hier muss ich auch noch was, da muss ich noch was bauen. Ähm, da muss ich noch was bauen. Das habe ich gar nicht gesehen. So, das müssen wir dann natürlich noch, äh, vorher fertig bauen hier. Äh, da müssen wir natürlich dann mal alle dran setzen, damit das geht. Ein neues Fahrzeug haben wir. Oh, einen neuen Betonmischer haben wir. Da müssen wir natürlich gleich mal gucken, ob der eventuell für uns, äh, von Wert sein könnte. Jetzt können wir ja mal hier gucken, weil hier haben wir ja schon mal einen T-138 Mischer. Wenn wir jetzt ein Fahrzeug kaufen wollen, wird denn, ähm, Betonmischon, den C-133 Mischer, nee, der ist neu, der J-E-300 Mischer. Der kann 9 Tonnen Beton, nee, das ist in unserer immer noch ein bisschen besser. Der ist zwar wesentlich schneller, aber der ist uns auch noch besser. Gut, dann lassen wir unseren da lieber weiterarbeiten. So, jetzt müsste sich hier jetzt irgendwie schon mal ein bisschen was, ähm, dazu gefügt haben. Oder müssen ein paar Arbeiter und, äh, auch das Material unterwegs sein. Äh, wir nehmen mal diese auch noch mit dazu hier. Komm, wenn es so schön ist. Warum nicht? So, damit wir hier die Verbindung haben. Und ich wollte eigentlich einen Zementtransporter noch kaufen. Ähm, da müssen wir jetzt mal gucken. Geltlich sieht das eher schlecht aus gerade. Hm, wo war denn da Zementtank? Da haben wir nämlich noch gar nicht allzu viele. Da haben wir hier diesen Standard, der 7 Tonnen Zement bewegt. Und dann haben wir hier einen, der 9,4 Tonnen Zement bewegt. Und das ist auch noch wesentlich schneller. Da würde ich den lieber auf den sparen. Dazu bräuchten wir aber 11.440 Rubel. Aber momentan, da haben wir es gehabt. Gut, da waren sie da. Äh, und dann nehmen wir den natürlich dann auch gleich. Und der kriegt quasi die glorreiche Aufgabe, Zement hier aufzuladen. Und hier abzuladen. Nee, hier abzuladen. Und zwar muss man beim Aufladen 100 warten bis beladen. Und dann startet er. Und dann wird er wahrscheinlich dann hier an dem Lager dann irgendwann stehen bleiben und dann hier nichts mehr verladen können, äh, wenn denn hier der Zement aufgebraucht wird. Und dazu muss aber diese Baustelle hier noch fertig sein. Aber gut, da bin ich jetzt erstmal guter Dinge, dass da jetzt auch so ein paar Fahrzeuge eigentlich schon unterwegs sein sollten. Da haben wir ihn schon. Die, äh, Kiesfahrer, die jetzt dorthin kommen. Und wie sieht das hier eigentlich aus? Die beiden, die jetzt da runterfahren, da müsste ich eigentlich auch nochmal ein paar mit anstellen, die jetzt hier den Kies hinbringen, beziehungsweise den Bruchstein. Und hier die beiden, die stehen hier drin und warten drauf, dass hier der Bruchstein mal wieder genutzt wird. Aber ich denke mal, sofern wie hier denn mal irgendwann Beton und ähnliches noch abgenommen wird, was wir hier noch hier abnehmen, dann wird das schon laufen. Und das ist hier unser Zementtank. Das sieht ja echt schick aus, das Fahrzeug. Nehmen wir mal auch mal verfolgen kurz. Mal auch hier Steuerung gehen, damit wir nicht allzu viel sehen. So, da steht sogar Zement an der Seite dran. Welche Sprache das ist, kann ich jetzt nicht so ganz erkennen. Aber wird das, das könnte fast russisch sein, ne? Der LKW, der sieht auch, kenne ich auch irgendwo vorher, so diese Bauform und so. Sagt mir alles was. So, jetzt fährt er hier rein. Und wird hoffentlich beladen. Sieht, ist schon interessant. Wo waren denn eben gerade die Rohre? Ach, da waren da in dem Silo. Das war irgendwas anderes. So näher ran kommt man ja nicht, ne? Man kommt zwar weiter weg, aber nicht näher dran, schade eigentlich. So, den Fall hätte er hier rum. Durch die Wiese durch. Ne, da jetzt so rühren wir die Straße. Wunderschön. Also, ich sag mal so, dass unser BHG hier, das ist schon eigentlich ganz ordentlich aufgebaut. Oh, jetzt hätte ich erwartet, dass er es mal tanken fährt, aber das würde wahrscheinlich machen, kurz bevor er in unserem großen Lagen ablädt. Und das ist hier schon sehr, sehr industriell, das Gebiet. Das muss man schon sagen. Also, das hat schon, hat schon eigentlich, ich finde, das hat Hand und Fuß. Das ist schon ganz gut geworden. So. Da muss man noch mal irgendwas drüber gebaut werden. Das kommt aber noch. So, dann geht es hier ab. Und dann sehen wir schon, hier zu der ganzen Sache, wo die jetzt quasi der Bulldozer geliefert. Zack. Das ist jetzt gemacht. Ui, was ist mit ihm los? Jetzt ist er sich uneins. Womit ist er sich denn jetzt uneins gewesen? Was ist denn doch der Kraftstoffverbrauch jetzt? Aber er hat erstmal kein Zement abgeladen. Fährt er denn jetzt da hin? Ja, ja, zur Zeltankstelle fährt er hin. Gut, jetzt ist es doch erstmal der Kraftstoffverbrauch gewesen, der ihm da jetzt so ein bisschen leicht zum Ausrasten brachte, wo er doch ein wenig irritiert war. Interessant, das ist die Red Star Spritkompanie. Keine Ahnung. Yellow Shell und so kennt man ja auch noch, ne? Und, und, und. Naja. Egal. Reden wir nicht weiter drüber. Ist halt so. Gut. Okay, jetzt wollte ich aber nochmal gucken, wenn er da ablädt. Ein bisschen Eiern tun die Räder hier, ne? Durch die, die, die Färbung sieht das ein bisschen schrecklich aus, als wenn da irgendwas kaputt ist. Naja. Aber schön, also es ist schön gemacht, es ist schön animiert und so. Ist schon klasse gemacht. Da muss man wieder sagen, also da geben sie sich echt Mühe hier. Also die, also der oder die Macher, das spielt sich, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Aber die geben sich echt Mühe. So, jetzt haben wir hier in unserem Zementwerk den ersten Zement von 9, 9,32 Tonnen. Sehr schön. Dann machen wir die Ansicht mal weg. Gut. Also das haben wir geschafft, dass wir jetzt quasi das Zementwerk erstmal so weit haben, dass hier von, äh, dass hier auch ein bisschen was produziert wird. Dass denn hier Kies nachgeliefert werden muss. Und das ist nicht wenig, was die nachliefern müssen hier hin. Ähm. Das ist auch noch sowas. Das wird ja nicht aus dem Lager genommen, sondern das wird ja hier direkt von dem genommen. Dann müsste, hätte man vielleicht auch so ein Minilager noch dazwischen setzen müssen irgendwie oder können. aber gut, wenn hier quasi dann die LKWs ankommen, dann funktioniert das ja auch. Und das Zement wird hergestellt. Gut. Dann müssen wir ja dann mal irgendwann nochmal zwei, drei Kipper kaufen, die dann hier zwischen den beiden da, den Dingen da pendeln, damit wir dort dann kontinuierlich an, äh, der Kies kommen. Gut. 8.800, also wir schwanken jetzt gerade so ein bisschen um die 10 Kilo, ähm, aber es ist ja nicht weiter schlimm. So, jetzt ist hier schon mal zumindest ein Teil fertig. Hier sind 41 Leute auf der Baustelle. Interessant, wie viele Leute sich hier anfinden, ähm, um dort eine Straße zu bauen, dann gucken wir mal, was, wo, was wird da transportiert. Da wird der Asphaltleger transportiert. Da müssten ja eigentlich auch so ein paar LKWs hier in der Asphaltanlage stehen. Tun es auch. Da steht schon mindestens einer drin. Der holt schon mal 10 Tonnen Asphalt. Ich glaube, viel mehr brauchen wir hier auch gar nicht mehr. Das ist hier, glaube ich, gar nicht so teuer. Ja, 10 Tonnen Asphalt, also das sollte sich relativ schnell geklärt haben. So, gucken wir mal zum Bauprojekt. Den, oh, oh, die Brücke ist fertig. Die Brücke ist fertig und wir haben ja gesagt, wir nehmen den Logger, äh, den Holzlogger, der quasi jetzt da verbunden ist. Oh, ein schneller Flug jetzt hier. So, denn der hier verbunden ist mit dem Teil, da ist ein Logger verbunden und der wird jetzt nicht mehr dorthin fahren, sondern der kriegt jetzt den glorreichen Auftrag, quasi uns, äh, Dollar zu verdienen. Und zwar mit jeder Fahrt verdient er uns jetzt, ähm, 466 Dollar. Äh, wir nehmen da nicht hin. Bist du gerade noch beladen? Ja, du bist auch noch beladen, dann fahr erst mal da hin. So, da sollst du hin. Äh, die Sache ist die, der ist, äh, ungelogen, wahrscheinlich einen ganzen Monat unterwegs. Wir werden das natürlich dann in der, in der Statistik sehen, in unserer, äh, Verkaufsstatistik. Äh, der wird vielleicht das Problem sogar, dass er da hinten ankommt, kein Sprit mehr hat, wieder zurückfährt zum Tanken und dann wieder dahin fährt und nicht ankommt, weil er kein Sprit mehr hat oder so. das, äh, wäre durchaus, äh, eine Option, die uns da jetzt blühen könnte. Aber, das sehen wir dann. Gut, okay. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Aber noch irgendwas, was ich jetzt unbedingt machen wollte? Achso, ich wollte jetzt nochmal dann gucken, hier, wie ein LKW ist für das, den Transport, weil der Transport mit dem, mit dem Zement, ich glaube, der eine LKW, der das jetzt wirklich kontinuierlich zwischen diesem Punkt und diesem Punkt hin und her transportiert, und der wird, äh, durchaus, ähm, ausreichen, ähm, zumindest für das Erste. So, kann ich hier auch Fahrzeuge rein kaufen? Ne, konnte ich nicht den Bagger rein kaufen, oder? Doch, ne, neues Fahrzeug kaufen, ah, ich glaube, das Bagger kaufen, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt noch mal zu unserem Baumhof hier und dann gucken wir mal noch mal nach interessanten Kippern für uns. Aber ich denke mal, es wird auf den, den Kipper hier zu hinauslaufen, zwölf Tonnen Bruchstein. Kann man die eigentlich dann noch so, sortieren, zeige alles, okay, äh, kann man die nachher nicht sortieren nach der Ladung. Der hat auch zwölf Tonnen, fährt 60 kmh und der fährt 70 kmh. Der ist also noch schneller, dann haben wir 50 Kipper, der ist zwar schön und der hat neun Tonnen bei 80 kmh. Naja, guck, also um die Geschwindigkeit geht es uns eigentlich erstmal nicht. Kaufen wir uns noch einen davon, du kriegst quasi den Auftrag, Paare dorthin. Ähm, ähm, ah ja, hier ist jetzt glaube ich unser, der jetzt auf den, der sich auf den Weg macht in Richtung ganz weit weg. Also wenn wir das mal irgendwann mit Kies voll lagern oder so und dann wirklich sagen, okay, hol mal da den ganzen Kies, äh, dafür her und mach das mal, dann wird das bestimmt sehr interessant. So, äh, zur BRG Kiesgrube und danach dorthin und dann startest du mal und wenn wir das nächste Mal das Geld wieder zusammen haben, dann schicken wir noch einen dorthin. So, also gefühlt würde ich sagen, kommt der nicht dort hinten an, äh, bevor sein Tank leer ist. Wir gucken da mal näher rein oder nach und nach rein. Bloß wenn ich da irgendwo eine Tankstelle jetzt auf der halben Strecke, könnte ich eine hinbauen, aber das kostet ja auch nochmal eh nicht viel Geld. Also das, den Feldweg da jetzt hinbauen, das hat fast nichts gekostet. Die, ähm, Brücke, die Holzbrücke zu bauen hat auch fast nichts gekostet. Das teuer ist, das ist nur der LKW, glaube ich, auf dieser ganzen Straße. Äh, bisschen nochmal gucken, wenn wir dann, aber, ne, mal wieder über 10.000 Dollar haben, dann ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht kann man ja auch für Dollar mal so ein, äh, Fahrzeug kaufen oder so. Das, ähm, dann genau da quasi arbeitet an der Sache. So, denn hier hinten haben wir ja auch gar keine Bauindustrie, äh, quasi vorrätig. Also wir könnten ja theoretisch eben sagen, ja, Mensch, hol dir das Material mal von da hinten. Das kriegen wir hin, wenn wir denn da hinten ein kleines Städtchen aufbauen wollen. Kommt alles noch. Kommt alles noch. Also wir haben hier, also, ich denke mal, wir werden ein Jahr täglich eine Folge, das kriegen wir, glaube ich, hin hier bei dem Spiel. Weiß ich noch nicht. Ähm, aber momentan sieht's wirklich ganz gut aus. Also mir gefällt das Spiel wirklich sehr. Ich hab da Spaß dran, immer wieder was Neues zu bauen und das mal auszuprobieren und dass es auch noch funktioniert. Ähm, es ist nicht so, dass man hier den, also man kann sicherlich auch so spielen, dass man wesentlich schneller finanziellen Erfolg hat. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Ähm, aber so, wenn man das so langsam, aber sicher für sich aufbaut, und dann, ich lerne dabei, ne? Und ich lerne gerne. So. Gut, dann holen wir uns jetzt so ein Kipperchen hier. Diesen da. Und den schicken wir jetzt, dann zu dieser und danach dorthin und dann startest du und dann, ach so, jetzt hätte ich noch sagen müssen, dass du dich voll landen musst, ne? Naja, warte mal. Ist hier nicht gesagt. Warten bis voll, ja. BRK Gries, Kieskuhre 3. Ähm, Routenplan, Warten bis voll. So. Dann müssen wir mal hier die beiden Fahrzeuge nochmal angucken, ob ich da auch das Warten bis voll angekreuzt habe oder nicht. Ja. Nein. So. Da haben wir den Salat nämlich schon wieder. Die werden nämlich so ein bisschen hin und her gefahren mit auch halb vollem Tank. So. Hier kommt ein Bus zurück. Der hat da ein paar Arbeiter hingefahren. Und das ist ganz okay. So. Gut. Also hier der Bruchstein wird relativ schnell verarbeitet. Das ist schon mal gut. Es wird hier auch ziemlich schnell verarbeitet. Also der Kies, die 75 Tonnen, die waren ruckzuck weg, ne? Ruggi, lecki. So. Ähm, da kriegen wir fast gar nicht genug Kies wieder ran. Dann muss ich vielleicht doch von hier aus nochmal mit da anschließen. Kann ich ja nicht hier zwei? Ne, da kann ich nur noch einen anschließen, ne? Einen rein und dann zwei raus. Naja, der geht aber dahin schon, ja. Hm, naja, wir werden gucken. Wie sich das hier so verhält. Ob jetzt der Kies ausreicht, den wir hier produziert haben. So. Jetzt gucken wir mal, wie hier ist hier noch drin. Das ist nur 33 Tonnen Zement drin. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Weil ich eigentlich gedacht hätte, dass die sich den Zement von dort holen. Machen sie auch. Und die produzieren hier auch. Und kriegen immer Kies dazu. Und die Platten werden gefertigt. Aber es sind relativ wenig Leute hier drin. Acht von maximal zehn. Mehr habe ich hier nicht zugelassen. Na gut, okay. Aber sie produzieren hier auch fleißig. Also über 127 Tonnen von Platten vorgefertigt. Das könnte beim Plattenbau denn demnächst, wenn wir die Stadt aufbauen und erweitern, natürlich sehr viel Schönes für uns bringen. So. Gut. Wollen wir nochmal gucken, wie weit ist denn unser Logger hier? So, der hat 104 Liter und der ist jetzt gerade bei der Brücke. Ich glaube, das ist echt ganz schön teuer. Ich weiß nicht, was ein Liter kostet, aber er hat jetzt so, sagen wir mal, von hier bis da weit über 100 Liter Benzin gebraucht. Krassstoff. Das lohnt sich überhaupt nicht. Sehe ich hier Kraftstoff, Alkohol, Treibstoff. Das sind doch aber 1000 Einheiten, oder? Eine Einheit, 100 und ein bisschen was kosten. Das wäre ein bisschen sehr viel. Das ist wirklich total Blödsinn. So, das ist ein Tank, ist also leer, wenn er da ist. 400 Liter kann er reintanken, der wird ja mit dem 400 Liter tanken in ihm leben da hinten ankommen, bis wenn er ganz voll getankt ist. Eieieieiei. Also ich kann ihm natürlich hier eine Tankstelle hinstellen. Da können wir ihn ja für Dollar volltanken lassen. Und dann werden wir merken, dass das ein absolutes Schnapsidee ist, ne? Ist eine Schnapsidee. Aber ich hatte sie und ich wollte es mal ausprobieren. Und naja, wir lernen ja dazu, ne? Wir werden ja nur klüger. Aus Federn lernt man ja. Das ist ja eine wunderschöne Eigenschaft, die man als Mensch hat. Manchmal macht man den gleichen Fehler fünf, sechs Mal, aber eieieiei. Das sieht doch so aus, als wenn er die Buchen hier mit wegschlägt. Weil ich glaube, die Lücke war hier nie im Leben alles Nadelbaum. Das sieht sehr gut aus. Er hat auch noch, oh ja, liegt auch mehr als hier noch Holz rum hier. Gut. So, der Zementfahrer, der fährt immer fleißig im Kreis. Ja, der hat immer 34 Tonnen. Bleiben wir mal hier so in etwa. Und wie können wir hier jetzt? Da haben wir jetzt 50 Tonnen angesammelt von 270. Also der wird irgendwann dann da nicht mehr abladen können. wollen wir ihm auch noch sagen, was er entladen soll bis 100 Prozent. Damit er denn, wenn er denn voll ist, nicht voll wieder nach da hin fährt, sich auflädt voll, denn da hin fährt, aber nichts abladen kann und da wieder hin fährt. Und dann lassen die wir auch noch hier warten, bis er denn komplett leer ist. Das hat einen, äh, mehr Effekt. Das sieht auch schön aus, eigentlich ist das Gebäude, ne? Also da muss man ja auch sagen, da haben sie sich ja was einfallen lassen, ne? Da oben auf diese Silos, so eine Glasfront, weiß ich gar nicht, was das für einen Sinn hat oder arbeiten da Leute drinnen? Da könnte die Mischanlage drinnen sein, die quasi das Beton gemischfertig macht, aus, äh, Kies und, ja, Zement wird von hinten reingefahren, ja, das könnte sein und dann kommt hier das Betongelöt an und dann wird das hier drinnen quasi in Form gepresst. Ein bisschen Verwaltung ist hier noch drinnen, ne? Also die Räume hier vorne sehen aus wie Verwaltung, aber das ist dann doch schon eher Werkhalle und dann werden die Platten gepresst und dann kommen die aus dem Berg wieder raus. No, könnte sein, ich weiß es nicht, aber es sieht interessant aus. So, unsere Pappeln, wie gesagt, die Pappeln, die wachsen am schnellsten, ne? Das sieht man hier auch wirklich jetzt, ne? Unsere Pappeln, die sind hier schon richtig groß geworden und stehen hier natürlich jetzt schon zur Verfügung als, äh, Sichtschutz beziehungsweise als, äh, wunderschöne Begrünung und unsere Akazien sind natürlich noch wesentlich kleiner. Ja, das war, das war halt Pappelbau. Das ist auch das, ach Gottchen hier, ist ja direkt auf die Tür hingestellt. Eieiei. Ähm, das ist auch das, äh, was ich damit meinte, halt eben, ne? Das wächst halt am schnellsten, das wächst wie Unkraut und das wurde halt eben doch wirklich viel genutzt im Ostblock. So, gut, aber unsere, ähm, knappe halbe Stunde ist jetzt schon miteinander wieder vorbei. Wir gucken mal, ob unser, äh, LKW, der hat jetzt da so ein Symbol dran, der aussieht, als wenn er tanken müsste. Der ist auch noch liegen geblieben. Der ist jetzt echt liegen geblieben, weil keine Tankstelle so nah dran. Die arme Sau. Der findet keine Tankstelle in seiner Nähe. Die nächste beste Tankstelle ist hier hinten, ne? Na, dann müssen wir hier auf halbe Strecke müssen wir eine Tankstelle hinbauen, anscheinend. Bleibt das jetzt die Gesamtnis rüber? Das ist ja nun, ne? Das können wir ja nun nicht hier brauchen. Ja, das ist wirklich, also, kompletter Blödsinn. Horrender Blödsinn. Ähm, bitte bestraft mich nicht zu sehr dafür, ne? Also, wie gesagt, ich hab's erkannt, das ist totaler Blödsinn. Jetzt zieh's aber natürlich auch noch durch, weil ich einmal sage, so, hey, komm, äh, ich hab den Blödsinn einmal angefangen und jetzt steh ich dazu, dass ich Blödsinn mache. Dann werden wir jetzt hier mal eine Tankstelle hinstellen, dann werden wir da eine Tankstelle finden. Wir bilden einen freien Bagger im Konstruktionsbüro, das ist jetzt das nächste. Ich kann die jetzt hier nicht hinstellen, weil ich hier kein flaches Land finde. Würde ich mir gerne hier in die Nähe stellen, muss ich ehrlich sagen. Wollen wir da bei mit einer Stelle? So, wo sie auch wollte. Dann können wir hier ganz schnell mal finanzieren. Wir Rubel finanzieren das Ding. So. Ja, jetzt erkennt er, dass hier eine Tankstelle für ihn ist und jetzt hört er hier dann auch ran. Die war jetzt in seiner Nähe. Neues Fahrzeug, ja. Und dann geht er hier auch tanken und dann macht er erstmal seinen Job weiter. Na, der kann jetzt natürlich nicht tanken, weil es hier natürlich kein Strom ist, ne? Ja. Musik Ich weiß noch nicht, ob ich über den Fluss drüber komme. Das werden wir gleich erfahren. Musik Kriege ich über den Fluss Strom? Vielleicht bloß mit den ganz hohen Spannungsmasten hier. Ich stehe wahrscheinlich bei denen auseinander oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm, meine ich auch nicht. Wie kriege ich über den Fluss Strom? Ich kann ja jetzt hier nicht ein Kraftwerk deswegen hinmachen. Musik Aber wie kriege ich über den Fluss Strom? Das interessiert mich jetzt so wirklich mal, ne? Ich kann jetzt den Strom hier oben abkaufen. Irgendwo gibt es hier bestimmte Importmöglichkeiten von Strom. Hm, ich weiß noch nicht wo. Hier gibt es Importmöglichkeiten von Strom, aber... Man muss doch Strom auch über den Fluss kriegen. Gibt es da Strombrücken oder so? Musik Strom-Mittelspannungsschalter. Wie kriege ich... Wie kriege ich Strom über Brücken? Äh, oder drüber? Na gut, die brauchen auch Strom, aber verbringt sie das dann auch rüber? Trollibus-Trafo. Trollibus-Depot. Ja, also der LKW hier oben, der ist... Das war wirklich komplett von Arsch. Das war ein komplett dummes Zeug. Tut mir leid. Das Fahrzeug muss ich jetzt mal verkaufen hier. Das wird als Bau-Rumini hier hinten erstmal stehen bleiben. Ei, 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 ei. Das hier mal abbrechen. Das steht hier einfach rum. Mal gucken, ob wir da irgendwo mal wieder was machen. Ich hab's versuchen wollen, ähm... Um da irgendwie was zu initiieren, aber... Um irgendwie an Dollar ranzukommen, aber das ist halt einfach zu weit der Weg, beziehungsweise... Ah, ist der Fluss dazwischen. Also der Fluss hat's ja jetzt am Ende dann nachher quasi gemacht. Okay, wenn ich jetzt die Stromleiter noch gekauft hätte, sonst irgendwas. Das hat sich so kein Stück mehr gelohnt. Gut. Wie gesagt, straft mich nicht zu hart dafür ab, ähm... Dass ich diesen Plan hatte und die Idee hatte, ähm... Mit vollem Tank... Naja, gut, also der ist jetzt liegen geblieben. Ist er jetzt hier in der Höhe. Ah, mit vollem Tank wäre er ja vielleicht bis dahin gekommen, aber nie im Leben wieder zurück. Also... Da müssen wir den Tankwagen noch hinten anhängen. Gut. Okay. Das wird's gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Like da lassen unter anderem Abo. Ich würde mich richtig drüber freuen. Wir werden in der nächsten Folge weiter bauen. Und zwar hier oben an unserem Kohleviertel. Jetzt haben wir ein bisschen Geld gespart. Das war jetzt quasi unsere Geld-Spar-Folge. Unsere Eco-Round, die wir gemacht haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.